Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in Listed. Wir sind in den Ardennen auf der Seite der Alliierten mit einem schnell und frisch zusammengebauten T2 Deck, denn ich wollte mal den M3D spielen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, wie es läuft. Oder wir machen es nicht. Okay. Dann fahren wir hier mal in unserem Störtebecker durch die Gegend. Ich glaube, den nutzen wir jetzt auch zum allerersten Mal. Hm. Okay, also ganz ehrlich, Darkflow, hier habt ihr euch kein bisschen Mühe gegeben bei dem Ding. Also, was ist das? Also, ein bisschen mehr Mühe hätte man sich ja schon geben können. Sorry, aber... Ja, wie heißt es nochmal schön? Sätzen 6. Also, ich bin ja nicht... Entschuldigung. Ich bin ja nicht pingerlich, ne? Zu einem Spawnpunkt. Ach ja, stimmt, da war ja was. Also, ich bin ja nicht pingerlich, was das angeht, aber so solche Sachen, so eklatante Sachen, weiß ich nicht. Ja, ihr habt sicherlich auch gelesen, schließlich ist er jetzt heute Sonntag. Ähm... Der Battle Pass wird verlängert. Ich habe es ja im letzten Video, glaube ich, gefragt gehabt, was ihr glaubt, was danach passiert. Ich habe ja gesagt gehabt, ich gehe davon aus, der wird verlängert. Aber es soll wohl nur um eine Woche verlängert werden. Danach soll es wohl zu neuem großen Content kommen. Ich bin gespannt, was der neue große Content ist. Mehr Maps, mehr Panzer, mehr Aua. Wir werden sehen. Alter. Also, habe ich... Habe ich in Lack gesoffen? Oder was? Ich meine, ich habe keinen Kaffee getrunken. Weiter vor der Aufnahme. Alter, es ist ja schon... arg peinlich. Hier bitte Skill einfügen. Ja, endlich! So, was waren das jetzt? 20 Schuss oder so? Haben die meinen Stürtebäcker kaputt gemacht? Ne, da steht er glaube ich nur noch. Selbst die KI hat besser geschossen als ich. Halt, wo will ich denn noch hin? Wir greifen da gar nicht an. Wir verteidigen ja. Hä, ja, die hätten bleiben können. Ich dachte, die würde angreifen. Okay, nochmal von vorne. Ja, ich habe auch die Dauntless mitgenommen. Jetzt heißt es endlich mal Dauntless. Da konnte ich mich nicht entscheiden mit den Flugzeugen. Ich wusste, ob ich die P-38G nehme mit den, ähm... 6 oder 8 Raketen. Weil ich dachte so, ne, Raketen habe ich jetzt keine Lust. Na, ich als Spitfire und so. Ne, habe ich auch keine Lust. Jetzt habe ich mich für die Dauntless entschieden. Ich bin kein Freund von der Dauntless, aber immerhin hat die ordentliche Bombenzulast. Also von daher. Schauen wir da mal. Ich bin mit dem Ding aber lange nicht mehr geflogen. Ah ja, 50 Punkte dafür. Ach, 50 gibt es dafür. Guck an, ich habe das Ding noch nie großartig verwendet. Diese APCs. Bin da, bin da echt kein großer Freund von diesen Dingern. Also ich finde die Technik gut. Alles toll, aber ich verwende sie einfach nicht. Vielleicht sollte ich das mal. Es sind 100 Punkte jetzt gerade schon. Aber mir fehlt dann irgendwie so ein Slot. Ich habe da zu wenig Slots und sehe nicht an, extra dafür Geld auszugeben für weitere Slots. Du alter Spitzklicker. Hockt der da oben auf dem Turm. Oh, jetzt habe ich das Verbotene gemacht. Ich habe während ich spiele in die Punkte geguckt. Das wollte ich gar nicht. Du wirst, ich mache das immer ganz gerne am Ende. Überraschungseffekten so. So, wir machen nur einen Anflug. Das war ja nicht gerade sehr gut. Rasenbefeuchter. Ey, manche Leute haben einen Namen, ey. Himmel. Der Rasenbefeuchter. Also was ich hier zum Beispiel ganz gut finden würde, wäre, mehr Regen wieder ins Spiel einzubringen. Ich glaube, es gibt ja nur ein, zwei Karten, wo halt auch mal im Regen ist. Oder wir hatten letztens im Stream, haben wir uns drüber unterhalten, haben mal so überlegt, was man so machen könnte. Auch eine sehr tolle Sache wäre, Nachtgefechte. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hat ja im Chat geschrieben, ob Nachtgefechte wären vielleicht eine ganz coole Sache. Und da würde ich sogar zustimmen. Aber ich möchte dann das lieber ein- und ausschalten können. Also ich möchte nicht gezwungen werden, Nachtgefechte spielen zu müssen. Weil die natürlich dann ein ganz, ganz anderes Level sind. Weil die ja deutlich schwieriger da sind. Oh, da sind zwei Panzer. Das wäre so ein Knorkel, wenn ich die Beide erwische. Bitte, 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 bitte. Äh, ich habe nicht einen einzigen, aber wir haben den Rasenbefeuchter erwischt. Ja, das war jetzt so viel Bombenlast. Und ich habe nur einen halben Panzer erwischt. Na gut, gehen wir raus aus dieser Gurke. Äh, ja, so wie gesagt, Nachtgefechte könnten, könnte schon was Geiles sein, würde ich sagen. Wenn man, ich denke da so an, so Flugscheinwerfer zum Beispiel, die dann unten sind. Und, ähm, vielleicht noch so, ähm, Signalraketen oder sowas. Ne, so in dem Dreh. Ach, hör doch auf, wieso hat mich die Bombe denn hier hinten erwischt? Spiel! Und wie hast du das überlebt? Also mancher macht das Spiel rein, ist RNG. Also dafür, dass dieser Studiabaker da einfach nur in der Ecke steht, macht der mir ganz gut Punkte anscheinend. Habe ich dem echt so Unrecht getan? Schande über mein Haupt. Artillerie natürlich. Ja, ihr seht, das sind doch alles Trupps, die ich jetzt eingesetzt habe, die ich, glaube ich, noch nie gespielt habe. Ich glaube, diesen Pioniertrupp, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Den habe ich noch nie verwendet. Deswegen sind das alles hier Amateure. Kann ich jetzt eigentlich nur einen zusätzlichen Spawn... Kann ich nicht. Er schießt doch hier irgendwo auf mich. Oder irgendjemand schießt doch hier. Hä? Ich muss auch sagen, ich spiele zum allerersten Mal diese Arden-Karte hier in... äh, in dieser Version. Hat die so auch noch nicht gespielt. Da und da. Und neben mir. Und neben mir. Du willst sterben, ich bin dein Mann. Du willst sterben, ich bin dein Mann. Alles klar. Also ich tue mich gerade schwer. Mit der Runde. Mein störter Bäcker steht doch da noch, ne? Kann der mal aus dem Panzer aussteigen? Ich würde gerne in den Panzer reingehen. Auch diesen Trupp habe ich auch noch nie verwendet. Genau, dir habe ich das Brenn in die Hand gedrückt. Hm. Das ist so ein ziemliches Handicap-Match, wenn man so eine... äh, so komplette... untrainierte und unausgebaute Squats mit sich nimmt. Ist so zurück zu den Anfängen, kann man da sagen. Äh, ihr bleibt hier. Geht mal auf die andere Seite. Also das zum Beispiel ist etwas... KI, ne? Was ich ganz dolle bemängel an dir. Nutz doch mal die Deckung. Sehe zu, dass du darüber kommst. Na also, geht doch. Äh, warte mal. Warte, ne. Ne. Ah, das ist natürlich blöd. Ich kann sie weiter nach unten. Ich stelle mal hier drauf. Jetzt weiß ich, warum ich die Brennen nicht mehr im Einsatz hatte. Das Ding... ist nicht so... das Ordentliche. Ich komme von da. Wir sagen dir mal Hallo. Nachladen. Aua. Ach, komm schon. Ich habe dich nicht gesehen. Warum mache ich das jetzt nicht? Diesmal gehe ich woanders hin. Und lass mich von der anderen Seite erschießen. Kann ich nicht. Ich sehe nichts. Oha. Ja gut, ich würde ja gerne mit dem Panzer mal reinkommen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Mit dem mal eine Runde spielen. Aber aus, das wird irgendwie nichts. Aber so richtig Lust hat der Gegner scheinbar auch nicht. Das ist so irgendwie so eine zerfahrene Runde. Was ist denn da so? Können wir da auch schießen? Nö. Hm. Was fliegen wir jetzt einfach mal an? Da vorne sehe ich ein bisschen Geballer. Baller mal so ein bisschen zurück. Gucken, ob wir da was treffen. Gucken wir mal da unten. Da rennt ein bisschen was. Ach, komm schon. Dämlicher Baum. Hätte er nicht mal zur Seite springen können. So, warte mal. Mein Studiobaker ist ja kaputt, ne? Der kleine... 15 Besatzung kann der mitnehmen. Okay. Der kleine störte Bäcker. Haben die denen kein Motorgeräusch gegeben? Doch. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist mein allererster Tag. Ich kenn mich hier nicht aus. Äh. Ja, komm, lass mir die Mühle einfach hier stehen. Feuerwerk! Alter, ich... Treff nicht mehr heute im Nahkampf. Ah. Aber ich bin ja selber schuld. Ich hab keinen Kaffee dabei. So wie Corey in seiner letzten Folge sein Elmiger-Unterstützungsgetränk vergessen hat, hab ich das heute auch. Feindpanzer hab ich jetzt noch nicht gesehen. Ich muss dieses Brennen rausnehmen. Ich find das nicht so gut. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt ein... Das dürfte ja nicht zählen, ne? Wir gucken mal. Bin mal gespannt. Das ist noch nie getestet. Finden wir es heraus. Alter, das sind 71 Meter. Was heißt denn Zunahme-Eroberungspunkt? Wie weit soll ich denn davon weglaufen? Der Jenseitspunkt kann auch viel näher dran. Okay, ist egal. Das heißt, wenn die Punkte jetzt benutzt werden, bekomme ich 85 Punkte, ja. 35 für den. Und 50 für den Studebaker. Na, das finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, der Grund, warum ich die halt nicht mitnehme, diese ganzen APCs, ist halt, weil ich keinen Platz habe. Oh, das ist ein schöner Treffer. Ich nehme halt den ganzen anderen brauchbaren Stuff mit, wie Panzer, Pioniere, Sturmtruppen, etc. Da habe ich keinen Platz mehr für diesen Studebaker. Oder andere APCs. Das ist das Problem, was ich habe. Natürlich könnte man zwar, wie gesagt, weitere Plätze kaufen, aber das sehe ich gar nicht ein. Das ist wie in War Thunder, da hast du auch viel zu wenig Sachen. Du kannst dir alles noch freikaufen. Das ist es mir da nicht wert. Weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Ob ihr euch extra Slots kauft oder gekauft habt. Da. Das ist auch eine sehr coole Shotgun, finde ich. Generell, Shotgun macht sehr viel Spaß. Also, Sandsäcke funktionieren echt ganz gut gegen Bomben. Kann ich nur empfehlen. Was hat der jetzt kaputt gemacht? Mein Spawn? Ja. Das ist doof. Okay, das ist eine sehr langweilige Runde. Wir gehen einfach mal in den Nahkampf jetzt rein. Was soll's. Der Gegner hat scheinbar nicht so viel Lust. Kopfschluss. Komm, schieß. Händen. Nee, auf mich schießen. Ich muss schnell nachladen. Ist ja auch gar keiner. Wo sind denn die alle? Hier sind ein paar. Endlich hab ich mal ein paar von denen gefunden. Ich liebe die Shotgun. Oh, verdammt. Hey, jetzt komm ich doch nochmal in M3 Lee und die Runde ist vorbei. Ja gut, dann muss ich das eine andere Mal machen. Was hat der da? SHP und Infanterieabwehr. Das ist schade. Ich würde gerne aussuchen können, dass ich die AP in der dicken Kanone lasse und in die kleine, die HE lade. Das hätte ich besser gefunden. So bin ich nämlich gewappnet gegen Panzer und gegen Ach, das geht gar nicht. Äh, gegen Panzer und gegen Infanterie. Wow. Mann, hat der mich denn da... Wie denn? Ja, gut. Das war jetzt eine... Ja. Wir gucken jetzt mal, wie das Ergebnis aussieht. Der Taktiker. Okay. Warum auch immer. Was mich zum Taktiker gemacht hat. Kann ich sehen, wie viele Leute mein... Platz 3. Ja, ist okay, aber das war jetzt echt nicht spektakulär, ne? Aber ich kann jetzt nicht sehen, wie viele Leute mein... Ne, einer Eimer kann ja nicht passen. Verbindende Munitionskisten. Ne, schade. Ich dachte, ich kann hier irgendwo sehen, wie viele Leute meinen Spawn benutzt haben. Kann ich das hier rauslesen, aber wenn ich hier sehe, 25 Punkte, dann... Ne, 16 Punkte. Zähle das dazu? Keine Ahnung. Ähm, ja. Gut. Das Gegnerteam, ihr seht's hier, ne? Das hatte echt null Bock gehabt. Also, absolut nicht. Ist ein bisschen traurig, aber... Alles in allem... War die Runde ganz okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer sehr drüber. Und, ähm... Ja, ich hoffe, dass wir uns... Entweder im Livestream sehen, heute 15.30 Uhr, auf Twitch. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt auch gerne mitspielen. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich bin raus. Macht es gut. Ciao.